Herzlich Willkommen Leute, ich bin Sonja Laser und heute mit dem Valkera Fusen 215 draußen und zwar das gute Stück und zwar möchte ich mir ja mal kurz einen Dank aussprechen an dem Händler, wo ich den Copter bekommen habe oder gekauft habe. Ich habe ihn über Ebay gekauft und ich hatte ein Problem, es ist ja diese Simulationssoftware mit dabei, die man am PC anschließen kann mit der Funke und so und da ging mein Code nicht und der Herr Händler hat sofort reagiert, ich blende euch auch mal hier den Namen ein und auch die Website, die haben nämlich auch eine Website, hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich über die Website gekauft und nicht über Ebay, um direkt zu supporten und zu unterstützen. Denn ihr habt sofort, also das hatte ich schon lange nicht mehr bei Ebay, so einen starken Support und so schnell reagiert und so einen starken Support hatte ich schon lange nicht mehr. Die Software ging nicht, weil die irgendwie schon vergriffen war oder nicht funktionierte und dann habe ich ein Foto gemacht mit der Karte und alles und habe das hingeschickt und es hat keine zwei, drei Stunden gedauert und er hat mir einen neuen Code geschickt und das hat auch funktioniert. Also richtig geiler Support, so macht Ebay wirklich wieder Spaß, aber ich werde mir jetzt die nächsten Sachen auch auf seiner Seite kaufen, weil die Preise sind super. Den Copter hier kriegt der RTR für 350 Euro und auch die Lipos hier, die Tattoo Lipos könnt ihr bei ihm kaufen und die sind richtig geil, 4S und wie die abgehen, das werde ich euch jetzt mal zeigen. Ich liege hier ohne Brille, das ist ein Neuland für mich mit dem Copter, ich bin noch ein bisschen in der Übungsphase, habe nur ein bisschen am PC geübt und der Copter ist der Wahnsinn. Ich finde das richtig stark, die Lipos sind der Wahnsinn, mit den Lipos lässt er sich richtig stark fliegen. Auch so eine Loopings, geil, einfach nur geil. Mal mehr Loopings, geht auch, geht auch rückwärts und vorwärts, alles möglich. Zeitlupen-Loopings gibt es auch. Der Copter hat echt genug Leistung und das ist eigentlich ein schöner Copter, muss ich sagen. Ich fand das Ding vom Valkera. Und Power hat das Ding, ohne Ende. Das Ding hat echt Power. Gut, jetzt piept der Lipo, weil wir schon ein bisschen geflogen sind. Ich hole ihn mal wieder zurück. Aber ich wollte euch das unbedingt mal zeigen, wie viel Kraft in so ein Teil steckt. Einfach genial. Das Ding zu landen ist auch kein Problem. Deaktivieren mit Funke ist auch cool. Wir haben es ein bisschen nass, wie ihr sehen könnt. Deswegen hören wir jetzt auch auf wieder. Es werden jetzt für euch noch so ein paar Nahaufnahmen. Ich habe hier eine Kamera drauf gehabt und ein bisschen FPV. Das möchte ich euch jetzt zeigen. Viel Spaß damit, aber ich verabschiede mich schon mal und bedanke mich an Daniel, der die Kamera hier heute geführt hat. Schaut euch wieder ein. Das heißt, das ist toll. Tschüss. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018